Alles, was ein Mensch gesagt hat, hat ein Mensch gesagt. Und dieser Mensch hat Sinnesorgane? Augen, Ohren, Nase, Haut, Zunge. Aber ohne Erinnerung würden diese Sinnesorgane keinen Sinn organisieren, gell? Und alle diese Sinnesorgane organisieren sich immer über das Prinzip des Unterscheidungen machen. Augen, Hell, Dunkel, Geräusch, Nichtgeräusch, Gespür, Nichtgeräusch, Rau, Fein, Nase, Geruch, Geschmack und so weiter. Vorher, Besser, Schlechter, Anders, Gleich. Ja, also gut, also auf jeden Fall immer Unterscheidungen. Also gut, das andere habe ich heute Morgen schon repetiert, aber vielleicht zur Erinnerung noch einmal. Natürlich wissen wir, dass die Katze in der Nacht mehr sieht wie die Menschen. Dass Metall ganz andere Temperaturen aushält als der Mensch. Ich will sagen, ich weiss, dass ich nicht weiss. Ganz prinzipiell. Okay, und was ich erst gerade vorher gelernt habe, ich weiss gar nicht genau, was die korrekten Begriffe wären. Aber diese Unterscheidung von heute Morgen von Dingen und Systemen ist ja eben einfach der Unterschied, dass bei Dingen die Entropie zunimmt und bei den Systemen die Ektropie. Ich weiss nicht, ob ich das richtig gesagt habe, aber es klingt spannend, oder? Entropie. Also wenn ich eine Tasse Kaffee hier hinstelle, dann gleicht sich die Temperatur des heissen Kaffees der Raumtemperatur an. Entropie. Wenn ich jetzt diese gesammelten Zweige hier einfach hier liegen lasse, dann verfaulen sie und sie werden wieder zur Erde. Entropie. Dieser Metalltisch verfault weniger schnell als ich. Entropie. Aber das ist der Unterschied zwischen dem Tisch und mir. Der Tisch beginnt nicht zu wachsen. Der bekommt keine Babys. Der ist morgen früh nicht 5 cm tiefer oder kleiner oder grösser oder dicker. Ektropie. Also wichtig wäre mir, wir machen Unterscheidungen, aber wir machen Unterscheidungen als Menschen. Und die Unterscheidung von Dingen und Systeme unterscheiden eben Ordnungszustände. Entropie. Ektropie. Und das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Gibt es eine vierte Ebene der Realisation von autopoietischen Systeme im aktuellen Kulturwechsel? Und ich würde sagen, yes, gibt es. Cyber. Biopsychosozio-Cyber-Denkfigur. Abonnungszust声 ist. ниg.